Guten Tag, Malzahn und Hallo, hier ist der Silencer, ich begrüße euch zum Newsflash, News, News, Newsflash, News, News, Newsflash, News, News, Newsflash, Pjong! Und willkommen heute zum samstaglichen, samstagtäglichen Newsflash, ich habe wieder für euch diverse Sachen vorbereitet, ich hoffe euch gefällt es, ich kann euch gut unterhalten, denn darum geht es, schreibt mich doch bitte bei Facebook an, wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Verbesserungsvorschläge habt, ich werde die dann in Ablage P-Bar bei uns, okay, okay, wir gehen los. 19 Sekunden, warte, meine Eieruhr, wo ist sie? Übrigens, warum sagt denn eigentlich keiner was zu Bernardo? Bernardo, bitte zeige dich. Hey, it's me, don't shoot, excuse me. Ui, Bernardo, und, ähm, wo ist meine Eieruhr? Ah, warum sagt ihr denn nichts? Die habt ihr doch versteckt, warum habt ihr die denn versteckt? Oh, 19 Sekunden, okay, 19 Sekunden, Newsflash! Ba, 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 ba! Übrigens fand ich es mega lustig, als jemand gesagt hatte bei Facebook, äh, von wegen, ey, Silencer, warum dauert deine 90 Sekunden Newsflash immer 6 Minuten? Das fand ich mega geil, okay, ähm, achso, übrigens, hinten seht ihr FIFA, ich werde jetzt, äh, ein bisschen FIFA immer spielen, ich werde mit dem Leon, werde ich immer ein Orakel-Spiel machen, also wir suchen uns irgendein Top-Spiel aus von der Woche und Orakeln das, äh, wird mega cool, da werdet ihr jetzt auch ein bisschen, äh, denke ich mal, die Woche schon das erste Video von sehen, aber gut, wir machen jetzt Newsflash, 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 okay, 19 Sekunden. Oh, ne. Die Webseite steht ab sofort ein riesiges Panorama-Screenshot zur Verfügung, äh, Warner Bros. Games, äh, Montreal arbeitet an Batman Arkham Origins, am, äh, dritten Spiel der Fledermaus-Action-Reihe. Das Action-Spiel soll am 25. Oktober 2013 für, ja, alle möglichen Plattformen dann rauskommen. Äh, die PlayStation Vita ist schon eine ganze Weile auf dem Markt, die PlayStation 4, jedoch lässt verraussichtlich noch bis zum Ende 2013 auf sich warten. Entwickelt wurden die beiden Konsolen, allerdings beide gleichzeitig, gleichzeitig, äh, die beiden Ingame-Währungen des Free-to-Play-Shooters. Planet Sight 2 sind einer von den Entwicklern, unabsichtigen, ausgelösten, im Fatslohn zum Opfer gefallen. Äh, die Entwickler, die eigentlich nur einigen, äh, Spielern wieder Gutmachungszahlungen, äh, machen wollten, äh, haben auf einmal, äh, ja, äh, tausenden Leuten, hunderttausend Third-Pointe, äh, halt gut geschrieben. Und das, äh, gab's, äh, das war halt ein Fehler und dann gab's voll die Inflation und ganz viele haben sich total hochgelevelt und jetzt wissen alle nicht, was sie machen sollen. So, das britische Office of Fair Trading, oh nein, ich weiß nicht, meine 90 Sekunden sind echt immer schnell vorbei, verdammt, 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 warte, ich hatte doch noch eine News, die ich euch unbedingt, unbedingt wollte ich die euch sagen, Moment, äh, ähm, nee, das mit Free-to-Play, okay, das machen wir gleich in der Meinungs-Sektion, glaube ich, ähm, oh, tut mir leid, jetzt hab ich die Kamera ein bisschen, äh, Single-Play-Apart, bla, 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 Anorei ist auch egal, äh, Fußball-Summation, das ist auch egal, ähm, so, hier, Dark Souls 2, äh, Dark Souls, äh, wurde jetzt angekündigt und die haben gesagt, sie möchten ein bisschen, äh, sich mehr Mühe geben für die PC-Version und es wird auf jeden Fall auch für die PC-Version halt entwickelt, also, dass es parallel halt gemacht wird und, äh, wollen da auf jeden Fall ein bisschen mehr machen. Bekannte von mir hatte, äh, mir letztens gesagt, dass es aber sehr, sehr viele coole Mods eigentlich zu Dark Souls 1 gibt, weil ich hab eigentlich immer Dark Souls etwas gemieden, äh, weil ich mir, äh, das mit der Steuerung und so nicht geben konnte. Wer da Tipps für mich hat, ähm, kleiner Aufruf, äh, wer da irgendwie Mod-Übersichten hat oder sowas, ich hätte extrem Bock, das eigentlich zu spielen, wenn es da wirklich so viele Mods zu gibt, ne, äh, schreibt mich doch einfach mal an, ich hätte darauf Bock. So, ähm, was ich jetzt aber sagen wollte, ist, äh, Thema Free-to-Play. Das britische Office of Fair Trading untersucht derzeit, ob sich Free-to-Play-Spiele unlauterer Werbemaßnahmen bedienen. Dabei geht es der Behörde im Besonderen um Spiele, die Spieler unter Druck setzen mit Mikrotransaktionen und In-App-Purchase-Geld um, 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 ne, Mikrotransaktionen. Und in-App-Purchase-Geld auszugeben. Okay, auf jeden Fall, äh, wegen Free-to-Play und so Geld gehe, Geld ausgeben und sowas. Meine Meinung nach finde ich das Free-to-Play-System generell richtig gut. Und ich finde es auch eigentlich gar nicht schlimm, wenn Leute sich halt irgendwelche Waffen oder irgendwelche anderen Sachen kaufen, weil sie hätten sie ja eh gekriegt. Das wäre so wie bei Battlefield, dass wenn ich mich dann aufrege, dass ich eh eine geile Sniper habe, weil die anderen haben die ja eigentlich auch. Aber jetzt kann ich jetzt sagen, ey, ich kaufe mir halt eine Sniper, weil ich halt Sniper bin. Und dann kaufe ich mir ein Maschinengewehr. Ich selber spiele im Battlefield, habe ich zwar auch Sniper gespielt, aber es ist halt nicht mein Hauptcharakter. Und dann würde ich mir eigentlich auch eher nicht so Sniper... Und das, äh, Planet Sight macht das ja so ein bisschen vor, wie das geht, dass man sich halt dafür Geld kauft und dass man das schneller dann hochlevelt. Es dauert halt da sehr, sehr lange, bis man da hochgelevelt ist, ne. Und generell die Free-to-Play-Titel, ähm, finde ich eigentlich alle ganz geil. So, das grundsätzliche System, ähm, wird halt nur von vielen Spielern immer so ein bisschen, äh, säuerlich, äh, angeschaut, weil viele Leute dann halt da richtig Geld reinstecken. Und die Leute, die halt kein Geld reinstecken, haben da Nachteile. Aber ihr müsst es doch mal so sehen, ihr gebt dafür kein Geld aus. Und dann wollt ihr noch meckern, dass die anderen Leute, die richtig bereit sind, dafür Geld auszugeben, ja, die geben den Entwicklern ihr wohlverdientes Geld, sag ich jetzt mal. Ja, ne, ähm, dass sie sich dann darüber aufregen, das verstehe ich nicht. Auf der anderen Seite kaufen sich die Leute aber tausende DLCs zu jedem Spiel, werden da ausgenutzt und gemelkt wie, äh, eine Kuh. Und da regen sie sich dann nicht drüber auf. Das finde ich ein bisschen, äh, Doppelmoral, äh, mäßig, technisch. Und, äh, ich weiß nicht. Also, Free-to-Play finde ich eigentlich ziemlich geil. Und ich finde das auch mit, äh, Pay-to-Win finde ich total in Ordnung, eigentlich, ne. Äh, weil es gibt eigentlich kein Pay-to-Win. Nur halt die Leute, die kein Geld dafür ausgeben, die beschweren sich dann, dass sie auf einmal irgendwelche Nachteile haben, ja. Äh, okay, gut. Ich glaube, das war's. Ich habe eigentlich alles gesagt. Hm, jetzt habe ich eigentlich gar nichts mehr. Hm, eigentlich vorbereitet bleiben nur noch meine Abschiedspistolen. Pschu, 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 pschu.